Das kann doch nicht wahr sein! Ich darf am 6.3. zu dem Konzert von Miyagi kommen, ja, nach Berlin. Und ich möchte alle, alle Leute, die die Möglichkeit haben, zu diesem Konzert zu kommen, einladen, ja. Kommt zu diesem Konzert, kauft euch noch Tickets, ja. Ich werde da sein. Ich werde auf jeden Fall auch, wenn ihr kommt, werde ich mich mit euch treffen. Also wir machen ein Fan-Treffen, ja. Ja, ich freue mich riesig, dahin zu kommen. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr die Tickets kaufen könnt, ich werde euch das unten in den Link reinposten. Da könnt ihr auf jeden Fall so ein Ticket euch kaufen. Ich muss sagen, ich freue mich riesig, ja. Ich freue mich wirklich riesig zu diesem Konzert und ich freue mich, Miyagi zu sehen und ihn zu besuchen. Denn ich wurde auch dahin eingeladen. Bitte, wer aus Deutschland ist oder in der Nähe von Deutschland wohnt, kommt zu dem Konzert, ich komme auch. Und ich freue mich, euch alle zu sehen und euch alle kennenzulernen. Wir sehen uns in Berlin.